Magneto am Start. Schatzsuche hier am Strand von Kroatien. Normalerweise hier an dem Strand ist die Hölle los. Hier kann man nicht mehr treten und liegen. Aber jetzt ist es früh um sechs und jetzt versuchen wir unser Glück einfach mal hier am frühen Morgen mit einem Metalldetektor im Wasser. Also drückt mir die Däumchen. Es geht los. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der erste Strand hat gar nichts. Ich bin jetzt auf den da drüben Händel. Marco. Kann doch noch besser werden. Okay. Mein erstes Geld. 20 Cent. Kann es weitergehen. хочешь! Ich bin fertig. Ein Eins zu у Scheiß! Aber weitergehenancen ist wichtig. Das war's für heute. Der heilige Kral der München, den Euroraum 2 Euro. Cool, da ist das erste Eis für heute schon drin. So 1 Euro. 2,40 Euro an einer Stelle. 2 x 2 Euro. Wow, der Counter läuft würde ich sagen. Cool, unglaublich. Weiter geht's. 1,2 Euro an, drei Euro an, drei Euro an, drei Euro an. Untertitelung. BR 2018 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 Schade, dass wir bei der Schaukel nichts gefunden haben. Aber wir haben ja trotzdem Beute gemacht. Wir haben jetzt drei Strände. Und hinter mir. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir gefunden haben. So, in diesem wunderbaren Wasser hier. Die Beute von heute. Zack, eine Haargummi, Schrott, eine Haarklammer. Aber 10 Cent, 20, nochmal 20, nochmal 20, nochmal 20 Euro und 2 mal 2 Euro. Wahnsinn. Also, wir rechnen mal zusammen. 50, 90 ins 90. 95. Also, 5,90. Okay, eine Stunde war man mindestens unterwegs. Ja, wahrscheinlich 2. War übelst witzig. Hat Spaß gemacht. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist mit dem Quest Q30 Plus im Salzwasser. Ist es jetzt nicht gerade die Höllenmaschine. Ist keine Multifrequenz, nur einfache Frequenz. Das bedeutet, der läuft nur auf halber Leistung. Geht nicht ganz so tief. Aber, hat sich ja trotzdem gezeigt, dass es funktioniert. Und vielleicht gibt es das nächste Mal sogar Schmuck. Bis dahin sagt Magneto, Schüss. Ach, ich brauche sie. Auf dem Rückweg vom Sondeln. Schwupp. Da liegt das Geld hier bloß auch an der Straße rum. Nicht schlecht. Okay. Okay. Vielen Dank.